Hallo zusammen, paar kleine neue Infos habe ich für euch, wahrscheinlich die meisten wissen es schon von euch und zwar auf der Facebook-Seite von KabbalahOnline.io, der Neuen von S-Soft halt, wurde gepostet, dass sie versuchen, jetzt so schnell wie möglich versuchen, die Server wieder online zu kriegen. Wir werden über den NA-Server laufen, halt mit diesen Einschränkungen. Die brauchen auf jeden Fall mehr Zeit, dass sie einen europäischen Server richtig aufmachen können. Also, dass ein Server auch hier in Europa steht. Jetzt steht da halt, also werden wir halt nach Nordamerika erstmal gehen und sozusagen mit diesen Einschränkungen haben sie geschrieben. Das heißt, wir werden diese Delays beibehalten. Die brauchen halt mehr Zeit dafür. Das habe ich Verständnis für, ist kein Problem und sie versuchen halt, die Server online zu kriegen, so schnell wie möglich, aber dafür halt mit den Delays. Natürlich, der Post war ja schön nett und alles. Das Problem ist eigentlich, die große Frage ist, wann? Kann ich aber leider auch keine Antwort geben, stand hier nämlich nicht bei. Dann ist noch die nächste Frage, wie läuft das denn? Läuft das dann über den NA-Client? Wenn wir nämlich uns dort einloggen, kriegen wir dann Unter-Server, das heißt Jupiter, Mars, Merkur, dann nochmal Merkur, Venus, nochmal Mars, Red Moon, ich weiß nicht, was der italienische Server und der französische Server, ich glaube den spanischen hatten wir auch noch gehabt, ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber wollen sie so viele Server untereinander aufmachen? Dann ist noch die nächste Frage, oder wird alles in eingelegt? Weil das Problem ist, ich habe einen Twing-Account auf EU, sowie auf DE einen Account, die dieselbe ID haben. Jetzt ist nämlich da die Frage, wird sich das beißen? Mir sind die beiden Accounts nämlich vollkommen egal, weil das nur Twing-Accounts war, mein Hauptaccount gibt es nur einmalig, also die ID. Ich hoffe, niemand anders hat diese selber ID. Da ist mich auch die Frage, wie das funktionieren soll. Weil das stelle ich mir noch ein bisschen kompliziert vor, weil es gibt sicherlich einige Leute, die halt auf DE-Spiel gespielt haben und so halt nur einen Twing-Account gemacht haben für EU, dass sie da mal reingucken können und vielleicht dieselbe ID genommen haben. Das gleiche ist ja auch meine NA. Na, ich habe mich halt bei NA-Kabal, habe ich mich selber auch angemeldet und da habe ich auch dieselbe ID wie meine Twing-Accounts, weil ich mich nicht so viele Sachen merken kann. Deswegen haben die alle eigentlich die gleiche ID, außer meinen Hauptaccount, also der auf EU, der hat eine ganz andere ID. So, aber die sind mir ja auch relativ egal. Da frage ich mich, wie das passiert oder wie das laufen wird. Werden die sich beißen da? Naja, gut. Schöner Traum wäre natürlich, wenn wir da für mich persönlich, wenn ich da mit den NA-Leuten raufkomme, das heißt, dass ich mit den Leuten auch was machen könnte, das wäre richtig edel. Aber das glaube ich vermute ich mal nicht. So, wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann die Server geöffnet werden. Des Weiteren kann es gut sein, ich glaube, ich bin da sogar noch online, ja, dass es vielleicht Mittwoch passieren kann. Ich will euch aber nichts versprechen. Warum Mittwoch, ähm, 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 ich hab mich halt mit Burning Raven unterhalten, so wie mit Toma, aka Toma Boy, er hat sich halt unbenannt jetzt. Ähm, die haben Maintenance immer am Mittwoch. Das heißt, am 19. läuft bei denen das Event aus und dort haben sie dann eine Maintenance. Vielleicht kommen dann schon die Server online. Kann euch aber auch nicht versprechen, es ist nur eine Vermutung. Haltet euch daran jetzt nicht fest, dass es, oh, oh, am 19. kommt wieder Kabbal. Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, ähm, dass es zu der Maintenance passieren könnte, dass sie das am 19, äh, dass dann halt die U-Server wieder laufen. Am 19. ist halt die Maintenance bei denen. Des Weiteren haben sie schon mal was Neues eingerichtet. Ich weiß nicht, ob das hier drinne stand. Also zumindest hat es mir ein Kollege geschickt. Ähm, die haben hier irgendwo einen Post gemacht. Ich finde das nur nicht auf die Schnelle. Vor 19 Stunden, 16 Stunden? Soll wohl vor 8 Stunden passiert sein. Und zwar haben sie uns schon mal eine EU-Seite eingerichtet. Ein kleiner Unterschied ist, zum Beispiel hier, die Sachen hier oben, die haben wir hier noch nicht. Dann, hm, bei E-Coins ist auch nicht drinne. Ähm, und die haben keinen Twitter-Account wohl für EU. So, aber die Seite ist gerade erst online gestellt. Wir sind da halt noch am Arbeiten. Ähm, das bewegen hier. Das Ranking stimmt auch gar nicht. Top Horner, Error-Code. Ich weiß, ja doch, die Gelde gibt es, glaube ich, auch auf die EU. Aber wie gesagt, die Ranking stimmt noch nicht. Des Weiteren haben sie auch ein deutsches Forum schon mal eingerichtet. Ähm, gibt es jetzt ein Main-Forum? Ich gucke mal rein. Zwei Posts, fünf Posts, sieben Posts, ein Post. Ja, sehr aktiv. Also es ist noch sehr unübersichtlich, das Forum. Ich denke mal, da sind sie auch noch am Arbeiten. Aber das wurde uns auch schon mal eingerichtet. Also ich gebe euch nochmal, ich gehe nochmal zurück. Da, also die Seite heißt fast genauso wie die von NA. Ja, nur, dass hier vorne bei Kabal, dort noch Kabal EU steht. Und dann SGames.com, EN, Raute N. Warum Raute N? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Irgendwas hat es schon auf sich. Gerne. Aber das wollte ich euch nur so mal mitteilen, dass ihr uns schon mal eine Homepage eingerichtet haben. Ähm. Und mehr kann ich euch auch nicht dazu sagen. Also ich warte noch auf Mittwoch ab. Vielleicht kommen die Server dann wieder online. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch dann auch ein bisschen darüber. Also auf jeden Fall. Essoft ist am Arbeiten dran. Also die lassen, ja, lassen uns jetzt gerade nicht so hängen. Also die versuchen die Server so schnell wie möglich online zu kriegen. Gut. Ich verabschiede mich von ihr. Das waren nur kleine Infos von mir. Ähm. Oder eher gesagt auch ein paar Meinungen von mir. Ihr könnt ja mal eure Meinung noch reinschreiben. Ähm. Was ihr meint. Ähm. Ich verabschiede mich von hier aus. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Also bis dahin. Ciao.